Einen flusschen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Minecraft Griefer Games. In dem heutigen Video gibt es einen Livestream-Ausschnitt, denn wir haben im Livestream auf Twitch, auf twitch.tv slash der Teddybär, wie immer in der Beschreibung verlinkt, statt dem E nach dem T in der 3. Hoffentlich bekomme ich bald den richtigen der Teddybär-Namen, aber der ist anscheinend immer noch nicht verfügbar. Aber ansonsten, wir haben 12 Sommertunen aufgemacht, was wir oder was ich gewonnen habe, werdet ihr gleich sehen. Ich bin jetzt die nächste Zeit wieder aktiv auf Twitch unterwegs am Livestream, also falls ihr Bock habt auf Livestream und Griefer Games Content, wir hauen zwischendurch schon mal ein paar Verlosungen rein, also falls ihr noch ein bisschen Cash oder Items braucht, schaut auch gerne rein. Ansonsten wünsche ich euch jetzt auch viel Spaß mit dem Clip und dann sehen wir uns entweder im Stream oder nächsten Dienstag um 15 Uhr. Outline und ciao! Outline und ciao! Outline und ciao! Outline und ciao! direkt soll man ja da fürs follow aber warum ist denn bei mir vor allem auch bei meinen bier die bienköpfe in den epischen die sind einfach die standardköpfe ersetzt das ist so richtig komisch alles klar okay fängt ja schon mal gut an hier ist eine crepe drin echt feuer und ich zieh drei belle lieb aber auch diese belle die sind auch der letzte schmutz ja da habe ich im ball geil ich werde gleich noch ein zweiter account starten graues glas das kann sich ja sonst wo in schien oder gibt's cash 100k epische das ist in ordnung 25 ausborn gut scheinen wir schon geiler gewesen ok damit werden wir hier durch dann tue ich mal ich tue mir hier sommerfarbe zack slash prefix wo haben wir denn hier wo bin ich denn wo bin ich denn da oben ok dann hat dir 200 gegeben vielen dank dafür tue ich ja ach so ist ja wieder mbt drauf geil ich sag dir nimm randwandboden immer mit wenn du alle hast einfach zwei sub ok dass das fett sich und ich packe ich mal fantastisch dann starte ich immer fix mein zweiter kauen dann können wir gleich noch mal sechs kisten öffnen was gibt es hier schönes 15.000 crepe ist super ja 25k wären geiler gewesen bitte kein perk nein du willst mich doch ach und da waren noch mal fette gewinne mein cash wie die was wie dich nicht juckt dass da einfach fünf millionen drin waren waren da ja aber wenn dann hätte ich sie eh nicht gezogen also ey moin 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 hab ich schon für 45.000 hier drauf 3DR wollen mich doch verarschen ist auch nur crap drin 500.000 500.000 habe ich schon mal gewonnen das fand ich ganz super drei drachen eier ganz fantastisch und wo 1 2 das fantastisch hier habe ich dann noch einmal rein so also eine also einfach einfach nein einfach nein ein